Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zusammengebaut hier im YouTube-Channel von Oconio. Bezüglich des LEGO Architecture Sets Rockefeller Center gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Zunächst die schlechte. Das 240 Teile umfassende Set ist offiziell nicht mehr erhältlich, zumindest nicht zum ursprünglichen Preis. Die gute Nachricht aber ist, wer das Gebäudeensemble in Händen hält, staunt über ein sehr gelungenes Modell. Das Rockefeller Center in New York City besteht aus über 20 Gebäuden, wenn gleich hier im Set nicht alle nachempfunden wurden. Die zentralen Punkte des im Jahre 1940 fertiggestellten Centers sind jedoch dabei und die Häuserschluchten Manhattans zeichnen sich so wunderbar ab. Allen voran darf das herausragende General Electric Building nicht fehlen, in dem unter anderem die Tonight Show allabendlich aufgezeichnet wird. Auch die legendäre Prometheus-Statue wurde mit genau einem Brick nachempfunden oder besser gesagt angedeutet. Und der erste LEGO Brand Store in Manhattan findet sich ebenfalls auf dem Modell. Unweit der Statue oder der kultigen Eislaufbahn und des Weihnachtsbaums in der Adventszeit ist der sehr schöne Shop gelegen. Touristen dürfte das Rockefeller Center auch dank der Aussichtsplattform Top of the Rock ein Begriff sein. Vom Dach des General Electric Buildings aus hat der Besucher einen wunderbaren Blick auf ganz Manhattan. Und ich weiß, wovon ich hier spreche. Gerade nachts ein wunderbares Szenario. Nun, so heißt es also, dieses LEGO Architecture Set mit der Artikelnummer 21007 in Ehren zu halten oder bei Zeiten die Groschen zu sortieren. Das war sie, die Vorstellung des LEGO Architecture Sets Rockefeller Center. In Kürze folgen weitere Vorstellungen. Ich wünsche wie immer frohes Bauen, bis zum nächsten Mal und Tschüss! auch doof! Vielen Dank.